Heute Manni Bräugmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und Sie sollten mal den Manni Bräugmann sehen. Der ist richtig heiß auf dieses Spiel. Na dann legen wir los. In der heutigen Partie spielt Werder Bremen gegen Bayern München. Klasse gelöste Situation. Welche Rolle kann Werder heute spielen? Manchmal hilft auch eine relativ glanzlose Saison, um einem Team zu neuer Stärke zu feiern. Das heißt nicht, dass man nicht gewinnen will, aber es ist eine solide Saison bisher und man konnte genug Punkte sammeln, um keinen Ärger zu bekommen. Die Flanke kommt nicht durch. Bei Excellence, der ideale Mitspieler für jeden Sturm. Elia. Makia der Ball. Da ist ihm der Ball borgwörtlich vor die Füße gefallen. Die Chance. Ja, damit hat er die Gefahr erstmal abgewendet. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Ein echtes Pfund schickt er da ab, aber der Torwart ist zur Stelle und entschärft diesen Ball. Großartige Lange. Elia. Tolle Ballkontrolle. Die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. Achtung, lässt. Und Tor. 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 Jetzt müssen sie es aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Tore gemacht. Toni Kroos. Schöne Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Richtig gut mit der Torwart. Eine richtig feine Aktion und völlig ohne Aufregung. Javi Martinez. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Dante. Vielen Dank.